Die 16 Aufzuchtbecken, verteilt auf zwei Hallen, wollen die Betriebe die gekosteten Tiere züchten. Ein Teil ist aber noch im Baum. Die Abwärme und Salz kommen von der Rheisanline gerade nebendran. Generell sei der ökologische Gedanke wichtig, sagt der Geschäftsführer der Swiss Shrimps. Die Kunden sollen wissen, woher ihr Produkt kam. Wir können täglich frisch enden. Das heisst, wir haben Shrimps aus einer nachhaltigen Aufzucht, aus der Schweiz, die Schweizer Qualität, die die Schweizer Behörden kontrollieren wollen. Eine hochwertige Delikatesse, die vielleicht erst von 24 Stunden aus dem Becken gekommen ist und nicht vor mehr Monaten oder tiefgefroren unterwegs ist über die ganze Welt gekommen.